Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 25. September 2013. Mein Name ist Norbert Giesow. Auch heute haben wir den Mond im Zeichen Zwillinge. Ein Luftzeichen, wie auch die Waage, in der sich die Sonne befindet. Mit dem Mond im Zwilling, also ein Tag, der ähnlich wie gestern, vielleicht sogar noch vertiefter, sich eignet für Lockerheit, Leichtigkeit, Kontaktpflege, Aufnahme von Wissen, Weitergabe von Informationen, für journalistische Tätigkeiten zum Schreiben, etc. Morgen am Donnerstag wird der Mond am Abend gegen halb 10 dann in den Krebs wechseln. Ein sehr viel emotionaleres Zeichen. Dann werden Gefühle wieder, Gefühle und Vertrautheit wieder eine größere Rolle spielen. Und im Krebs, dann wird der Mond im Quadrat zur Sonne stehen. Das ist dann am Freitag, morgen kurz vor 6, dann schon wieder das abnehmende, also im Abnehmen im Zyklus, das Quadrat, der Abnehmen der halben Mond. Ein gewisser Konflikt zwischen Sonne und Mond, den wir dann noch besprechen werden. Interessanter ist im Prinzip noch der Lauf der Venus. Venus, hier jetzt mittig im Skorpion, im Wasserzeichen Skorpion. Venus, der Planet, der für Liebe, für Beziehung steht, für Kontaktaufnahme, für Harmonie. Und vor allem für Liebe und Beziehung im Skorpion sehr leidenschaftlich, introvertiert, auf die inneren Gefühlswelten hin ausgerichtet, wird Venus am Donnerstagabend im Trigon zu Jupiter im Krebs stehen. Also da kriegt die Venus eine Menge Schwung und viel Energie. Aber was viel bedeutsamer ist, ist, dass sie auf das Quadrat zum Mars im Löwen zuläuft, was am Sonnabendnachmittag perfekt ist. Venus, der etwas schnellere Planet, bewegt sich auf die Gradzahl zu, wo sie dann im Quadrat zu Mars steht. Es kommt also zur Verbindung von Venus und Mars im Quadrat. Mars im Löwen ist extrovertiert, möchte gern seine Dinge ausdrücken, während Venus im Skorpion eher introvertiert ist, nach innen geht. Diese beiden Richtungen lassen sich nicht gleichzeitig vollziehen. Hier ist ein Konflikt vorprogrammiert. Dieser Konflikt zwischen Venus und Mars spricht halt die archetypischen weiblichen, Venus und männlichen Kräfte Mars an. Was ich zeigen kann in Streitereien und Auseinandersetzungen, in Beziehungen. Vielleicht möchte der eine Teil mehr nach außen gehen, mehr in die Aktivität, mehr in den Ausdruck. Der andere Teil ist vielleicht lieber heimlicher oder introvertierter oder innerer haben. Es kann auch ganz andere Themen sein. Das hat aber natürlich auch mit uns zu tun, mit den Kräften in uns, die hier im Konflikt miteinander liegen. Aber dieser Konflikt zwischen Venus und Mars hat auch etwas unglaublich Erotisierendes, sodass also auch sexuelle oder erotische Spannungen eine große Rolle spielen können. Auf jeden Fall ein Aspekt, den man auch nutzen kann zur Kreativität oder um sich auch bewusst zu werden, wo die unterschiedlichen männlichen und weiblichen Anteile in uns oder wie diese angelegt sind. Im Zeichen der Waage geht es natürlich auch immer darum, diesen Dingen, diese Dinge, diesen Dingen eine Brücke zu bauen, einen Ausgleich dafür zu finden. Gut, also dieser Aspekt schwelt sozusagen im Hintergrund und im Vordergrund, Mut im Zwilling, Bräute, also die Möglichkeit, locker und leicht mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich wünsche uns allen einen schönen Mittwoch und sage dann bis morgen am Donnerstag und Tschüss!